ZHDK ZHDK ist im Moment an über 35 Standorten verteilt. Es ist angedenkt, dass der grösste Teil Estonia-Real zieht. Es ist ein unglaublicher Umbau, den wir miterleben und der jetzt noch vom Umzug ins Thonia-Areal gekrönt werden wird. Wir müssen die Möglichkeiten finden, die Plätze, wo Dinge passieren. Plätze, wo spannende Arbeit passiert, von der Seite von Forschern und Kollegen, aber auch von Studenten, wo die Studenten wissen, dass ich da komme und etwas cool ist. Ich freue mich sehr auf das Thonia-Areal. Ich freue mich auf gewisse Möglichkeiten, die ich hoffe, dass man dort hat. Ich erwarte mir nicht von dem, was in unseren Büros unbedingt oder auch nur in den Schulstuben vor sich geht, grosse Neuerungen, aber aus dem Kontakt der Studierenden untereinander. Ich denke, da wird sich ganz vieles bewegen. Ich denke, da wird sich ganz vieles bewegen. Ich denke, da wird sich ganz vieles bewegen.